hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute stelle ich euch wieder zwei neue sachen vor die ich kombiniert habe vielleicht spreche ich das wort nicht richtig aus aber ihr wisst wahrscheinlich was ich meine und dann haben wir einfach mal rein und zwar drum und bass für alarm so so Untertitelung. BR 2018 So, ich hoffe, der hat euch gefallen und jetzt hören wir uns in den zweiten Mal rein. Und los! Untertitelung. BR 2018 So, ich hoffe, der hat euch gefallen. So, das war der Trump für den Alarm. So. So, und jetzt gibt es noch, ähm, hallo? Ähm, na, weiter geht's. Ähm, so, hier, wir gehen jetzt, ja, starten wir mal, äh, auf Replay. Oh, ja, moin. Guten Morgen, guten Morgen. Seid ihr auch schon aufgewacht? Wir sehen uns gleich. So, da wären wir jetzt in der Lektion 1. Und dann hören wir mal rein und probieren, das nachzustellen. Hört sich schon gut an. Gucken, ob wir das genauso gut hinkriegen. Äh, nein. Nächster Versuch. Oh, schon besser, aber ich glaube, wir müssen das etwas senken, das Tempo. Und dann können wir es besser machen. Okay. Okay, nochmal von vorn. Boah, 82%. Nice. Gehen wir doch mal zum nächsten Schritt und hören direkt hier mal rein. Boah, ist ein bisschen länger. Und ein bisschen gesch... Ja, ist egal. Legen wir los. Ja, 92%. Ich glaube, wir schaffen das auch auf 100%. Aber wir gehen ab zum nächsten. Zwei Stände sind schon mal super. Ab zum nächsten Lektion. Und zwar Lektion 3. Hören wir jetzt mal rein. Ja, klingt schon ganz gut. Machen wir mal mit. Okay, 63%. Meint ihr, wir schaffen das? Natürlich schaffen wir das. Ja, dann gehen wir und hauen mal rein in die Taste. Schade. Okay, nochmal von vorn. Okay, das war komplett kacke. Nochmal von vorn. Ja, das war komplett kacke. Komm, komm. Oh, schon wieder. Okay, komm. Boah, schon besser. Komm, schaffen das. Okay, im einen Moment habe ich es so schnell gemacht. Probieren wir es einfach nochmal. Okay, noch weiter. Ach, komm. Komm. Okay, weiter, komm. Okay, weiter, komm. Komm. Ah, komm schon. Hä? Okay. 70%, das muss jetzt reichen. Und ein Stern. Ab zur nächsten Lektion. Und diese Lektion ist heute auch die letzte Lektion und danach, ja, ist Ende. Jo, los geht's. Jo, los geht's. 54% für den ersten Versuch, gar nicht recht. Müssen aber wiederholen, um die Lektion zu schaffen. Los geht's. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, nochmal von vorn. Okay, komm, ein bisschen schneller. Komm schon. Ey, ich will immer meinen eigenen Beat durchsetzen und nie darauf hören, ey. Komm, wir hören nochmal rein. Okay, komm, los geht's. Oh, 67%, komm, wir schaffen das. Komm schon. Komm schon. Okay. Und wieder von vorn. Okay. Oh, ich bin aus dem Takt rausgekommen. Wieder anhören. Okay. Okay, ich leg mal das Handy aus meiner Hand und dann geht's wahrscheinlich besser. Okay, los geht's. Bisschen langsamer. Bisschen langsamer. Okay. Alles klar. Wir sehen uns gleich wieder. Es ist keines von mir, der Daumen, wenn ich das drauf habe. Also, wir sehen uns gleich. Biss, gleich. So, da wäre ich wieder und ich hoffe, jetzt schaffe ich das. Dass wir reinhören, dass wir Eisner wieder drin sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ist jetzt nicht so lange für euch geworden. Und ich hoffe, ihr liked jetzt das Video, schreibt einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss.